Herzlich Willkommen zu dieser Folge der Marktplatz-PCs. Heute habe ich mir mal einen PC ausgesucht, der ja relativ besonders ist. Und zwar ist der mir ins Auge gestoßen, weil er eine Xeon-CPU drin hat. Und zwar den Xeon i5-2680V2. Wer Xeon-CPUs nicht kennt, das sind die Server-CPUs von Intel. Die werden in Servern benutzt, bieten relativ viele Kerne, wie dieser zum Beispiel 10 Kerne. Jetzt zeige ich euch aber mal, was an den Xeon-CPUs besonders ist und vor allem, was dieser PC, diesen PC besonders macht. Der ist nämlich von NCA, PC Store. Den habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ich war mal auf deren Seite. Ich habe mal auf deren Seite geguckt und habe hier mal geguckt. NCA Store, verbaute Komponenten. Und hier steht tatsächlich, dass die erprobte, getestete und der generalüberholte Prozessoren und Arbeitsspeicher benutzen, um umweltfreundliche Hardware zu bieten. Ob die Hardware so umweltfreundlich ist tatsächlich, beziehungsweise ob denn der PC überhaupt das hält und ob der den Preis leistungstechnisch überhaupt gut ist, das gucken wir uns jetzt mal im Detail an der Stelle an. Da Prozessoren und Arbeitsspeicher, ja, weiß ich nicht, ob das so ungefähr stimmt. Da habe ich mir nämlich eben drauf aufgehangen. Nutzen wir hauptsächlich Hardware aus dem Server-Bereich und schon dabei die Umwelt. Ja, das kann man schon theoretisch so sagen. Aber wir beginnen mal mit dem PC und gucken uns mal ein bisschen die Shop-Seite an. Also hier oben der Titel, ganz klar. Auf jeden Fall finde ich schon mal erstmal die erste Sache, die mir auffällt, sind diese Konfigurationsmöglichkeiten hier. In der Basis kostet der PC schon mal 800 Euro. Da ist eine 120 GB SSD drin. Warum, was will man mit einem Gaming-PC mit einer 120 GB SSD, das frage ich mich ganz ehrlich. Dazu 16 GB RAM, das ist noch in Ordnung. Gucken wir uns aber gleich nachher auch an, was da das Problem ist. Und zwar gucken wir uns jetzt einfach mal die Bilder an, die hier so ein bisschen gemacht wurden. So sieht der PC im Endeffekt aus. Hier ist zum Beispiel ein RGB-Controller drin. Das heißt, die Lüfter hier, die sind RGB-gesteuert, steht auch in der Beschreibung, zusammen in der Fernbedienung. Sind wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die sich auch die Drehzahl steuern lassen. Auf jeden Fall sind die RGB-Beleuchtung. Und hier ist ein RGB-Top-Blow-Kühler drauf. Wir gucken uns mal andere Bilder an. Hier angeblich irgendwelche Vergleiche. Die sind immer mit Vorsicht zu genießen. Wenn jemand sowas reinpackt, dann spricht das nicht unbedingt für den PC, sage ich mal. Hier soll einfach mal ein Vergleich sein. GTX 1060 versus 3050 in den Frames. Ob das so stimmt, kann ich jetzt im Endeffekt nicht sagen. Festplattenvergleich. Hier wird mit einer MV-E SSD geworben. Könnte auch sein, dass einer drin ist. Spielt aber nicht die große Rolle, weil die nehmen sich preislich nicht. Da hat man in der SATA konfiguriert. Kann aber auch eine MV-E drin sein. Und hier ist vor allem der Sion i5 2680 V2, der hier mit einem alten Ryzen, einem uralten Intel i5 und einem aktuellen, relativ aktuellen, naja, nicht aktuell ist ja nicht mehr, einem alten i7 7700 verglichen wird. Das hängt natürlich ein bisschen hinterher, weil Prozessoren, die jetzt in neue PCs verbaut werden, für 800 Euro sind natürlich deutlich schneller. Das ist natürlich klar. Hier nochmal dieser RGB-Controller hier und wie es hier auf der Fernbedienung scheint, haben wir nicht wirklich eine Wahl, die Lüftergeschwindigkeiten zu steuern. Das heißt also, wahrscheinlich laufen die immer alle mit Vollast. Hier noch angeblich eine NCA PC Store 3-Jahres-Garantie und noch ein paar Extras. Gucken wir uns erstmal die 3-Jahres-Garantie an. Die fand ich ein bisschen interessant. Hier auf dem Bild steht 3 Jahre. Dann steht hier in der Beschreibung inklusive 2 Jahren Gewährleistung. Und wenn wir weiter runterscrollen, steht hier tatsächlich noch, deshalb geben wir neben der 2-Jahre-Garantie noch eine eigene Garantie auf unsere Hardware. Jetzt überlege ich, jetzt ist wahrscheinlich gemeint, dass mit 3 Jahren 2 Jahre plus 1 Jahr gemeint ist. Das sind natürlich nicht 3 Jahre, weil das handiert sich ja nicht. Also das ist ein bisschen eigenartig. Gut, okay. Ja, sage ich jetzt nichts zu. Ich würde auf die 3 Jahre nichts geben, vor allem bei so einem ganz kleinen Shop, wo man eben an der Stelle nur einen Mann theoretisch wahrscheinlich hat oder ein kleines Team aus 2 oder 3 Leuten maximal, weil der sehr unbekannt ist. Der Shop hier, der kann sowieso morgen insolvent sein oder einfach vom Markt verschwinden und dann hat man eben wirklich keine Garantie. Also auf die 3 Jahre oder 2 Jahre würde ich erstmal bei so einem ganz kleinen Shop nicht unbedingt, sage ich mal, so viel Vertrauen geben. Wenn ihr da bei einem etablierten Anbieter kauft, der lange am Markt ist, da seid, könnt ihr euch sicher sein, die überleben auch noch die nächsten 2-3 Jahre, weil PCs werden immer gebraucht. Was ich mir als nächstes aber natürlich angucken wollte, ist diese Beschreibung hier, die finde ich ganz lustig. Kabelmanagement, nicht nur vorne, nicht nur von vorne, sondern auch hinter der Abdeckung achten wir auch Kabelmanagement. Sie achten auch Kabelmanagement. Naja, genau, man sollte jeden achten, jede Person sollte man achten, man sollte auch das Kabelmanagement achten. Windows ist vorinstalliert und gleichzeitig ist auch Windows 11 oder Windows 10 installiert, also super, einmal frei, kostenlos. Ich dachte, der kostet 800 Euro, nein, aber der WLAN-Stick ist kostenlos dabei. Aber nicht, dass die den Preis draufgeschlagen haben, nein, nein, der ist kostenlos. Professioneller Support, 7 Tage die Woche, ganz unkompliziert über Telefon oder Textnachricht. Textnachricht habe ich in dem Zusammenhang auch noch nie gehört, aber es könnte sein, dass ich entweder WhatsApp, E-Mail oder etc. meine. Made in Germany, unsere PC-Systeme werden in Germany, wählen über Regeln und alle Arbeitsplatten bilden unsere Mitarbeiter selbst aus. Ich weiß nicht, ob der Laden so groß ist, also die Webseite sieht mir nicht so aus, ich habe jetzt auch nicht rausgefunden, dass die irgendwie Lieferant sind für irgendeinen großen Hersteller oder so, dass ich sage, die brauchen 20, 30 Arbeitsplätze. Das hier stimmt vielleicht nicht unbedingt, sollte man mit Vorsicht genießen. Extra das Original-Gehäuse mit Schrauben und Blenden zum Umbauen und Aufrüsten, das ist ganz cool. Alle Systeme werden gestresst. Das sollte auch passieren und Adblock Plus ist vorinstalliert. Ah, sehe ich auch wieder kritisch, vor allem Adblock Plus sehe ich kritisch, weil Adblock Plus ist nicht unabhängig an der Stelle, sondern Adblock Plus, da kann man mittlerweile als Unternehmen tatsächlich auch bei dem bezahlen, damit die eigene Werbung wieder angezeigt wird. Also, dass es ein gewinnorientiertes Unternehmen, Ublock Origin oder sowas zu benutzen, wäre besser gewesen, weil das ist unabhängige, Community-basierte Adblock-Software, die auf Community-Listen basiert, wo niemand einen Gewinn rausschlagen will. Also, ja, okay, cool, dass es vorinstalliert ist, aber ich bin dann eher doch der Fan von cleanen Systemen, wo nicht vorher rumgefuscht wurde. Gut, ein paar mehr Bilder haben sie noch von dem PC, sieht ganz gut aus. Und jetzt merkt euch mal dieses PC-Bild, dieses Rückseiten-Bild. Und zwar werden wir in dem nachher eine tolle Bestimmung machen, welche Komponenten verbaut sind, anhand der Sichtkontrolle, weil hier in den Beschreibungen gibt es nicht viel, außer dass aktuelle Spiele wie Call of Duty, aber welches Call of Duty, und Fortnite auf maximalen Einstellungen absolut flüssig laufen. Mit einer RTX 3050, die hier übrigens verbaut ist. Ich weiß nicht, selbst wenn ich bei Fortnite alles hochknalle, ohne Waytracing, schaffe ich keine 165 FPS mit einer 3090. Also, ich weiß nicht, ob das mit höchsten Einstellungen absolut flüssig läuft. Und ob das Preis-Leistungs-Verhältnis hier unschlagbar ist, das gucken wir uns auch noch an. Aber wir fangen mal ein bisschen an. Und zwar, das Erste, was ich mir rausgesucht habe, ist erstmal dieses Gehäuse zu finden. Und an der Stelle, wir haben es jetzt schon sieben Minuten im Video, aber ich sage es, dieses Video war sehr, sehr viel Recherchearbeit für mich. Deswegen lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich den PC hier gut für euch mal zusammengefasst habe, weil es hat mir ja selber Spaß gemacht. Auch nur, weil ich selber in diesem Xeon-Ding drin bin, Server-Architektur. Ich habe hier zwei Mainboards und noch eine Workstation. Die Workstation hat zwei CPUs mit insgesamt 32 Kern und 64 Frits. Und da habe ich noch zwei Boards. Auch so ein ähnliches Mainboard, wie er verbaut wird. Von daher kenne ich mich auch ein bisschen mit dem aus, was ich hier erzähle. Aber das ist in meinen Videos sowieso so, dass ich mich mit dem allem auskenne. Sonst würde ich es ehrlich nicht erzählen. Gehäuse. Fangen wir an mit dem Gehäuse. Hatte ich ja eben schon gesagt. Und zwar habe ich lang gesucht. Und zwar ist das das sogenannte ZIG-Matec Aquarius F. Wem das auffällt, man sieht das glaube ich ganz gut. Ja, hier wurden zwar noch mehr Lüfter hinzugefügt von der Person, die den PC oder von dem Unternehmen des PC zusammenbaut. Aber vor allem, wenn man hinten mal rauf guckt. Ich weiß nicht, wenn sie ein Bild haben, genau hinten. Daran habe ich es eigentlich festgemacht. Wenn wir das mal vergleichen, dieses Bild mit dem PC-Bild von hinten, dann fällt uns glaube ich auf, ja, okay, das ist dasselbe Gehäuse. Das sieht einfach mal komplett gleich aus an der Stelle. Hier ist das Netzteil gleich, die Abblende, die Blende vom Dings und alles gleich in Ordnung. Wenn man mal guckt, ich habe tatsächlich für das Gehäuse keine Marktpreise gefunden. Es könnte nämlich sein, dass das wahrscheinlich irgendwie importiert ist aus China oder irgendwo anders her, das Gehäuse. Auf jeden Fall meinten die, dass es unter 80 Euro kosten sollte. Ich habe im Preisvergleich, da ist auch nicht alles drin, weil die Komponenten hier teilweise auch schon umhalt sind. Aber unter 80 Euro für das Gehäuse sollten wir einfach mal annehmen. Machen wir weiter und kümmern uns einmal an der Stelle um den Prozessor. Das ist der Xeon E5 2680v2. Das ist eine Server-CPU, die bringt viele Kerne mit und auch einen hohen Turbo-Takt. Problem, der Turbo-Takt bei den Xeons, der wird nie gehalten, wenn 10 Kerne belastet sind. Der Turbo-Takt, dann schafft er meistens nur den Grund-Takt von 2,8 GHz und der ist schon relativ niedrig. Dabei ein hoher Stromverbrauch, 115 Watt klassifiziert, 22 Nanometer. Das ist nämlich noch eine alte Ivy Bridge-CPU, also die ist von 2013, sieht man hier auch. Und vor allem, das interessiert euch gar nicht, das Problem ist, neben dem DDR3-Arbeitsspeicher, der jetzt zum Einsatz kommt, dass dieser Prozessor, sage ich mal, keine modernen Chipsätze unterstützt. Wir bekommen AVX, Intel AVX, aber wir bekommen weder AVX2, was wir dringend brauchen und was mittlerweile auch einige Spiele brauchen, und wir bekommen auch kein SSE, gar keine Version von SSE. Das sind zwei Probleme, die wir haben und wodurch Spiele enorm langsam laufen oder gar nicht laufen könnten. Das ist problematisch, weil es diese Befehlssetzerweiterung nicht nativ gibt, also das ist sozusagen, das sind bestimmte Codes, sage ich mal, wie Systeme angesteuert werden in der CPU und wenn die halt nicht vorhanden sind, dann geht das Ganze langsamer oder es geht halt gar nicht. Der Sockel ist ein LGR2011-Sockel, ansonsten ist das halt eine uralte Server-CPU. Die sitzt da auf einem interessanten Mainboard, das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar habe ich das hier bei AliExpress gefunden. Und warum wusste ich, dass es das ist? Weil ich mich im Endeffekt selbst damit schon beschäftigt habe. Aber wir können das gleich auch nochmal nachvollziehen in der Anzeige, denn da sind ein paar Hinweise gegeben. Und zwar ist das hier das Atemeter X97 Mainboard. Das ist ein sehr günstiges Board, 43,01 Euro, kommt von AliExpress aus China. Ich habe selber schon in AliExpress diese X99 Mainboards, also mit dem LGR2011-Sockel, den ich benutze. Das ist die Nachfolgergeneration des LGR2011-Sockels. Damit habe ich selbst schon gearbeitet, auch bei AliExpress bestellt. Die Mainboards kommen auf jeden Fall auch an. Eine Besonderheit, die wir gleich sehen, ihr seht ja, hier sind relativ viele grüne Akzente auf dem Board. Es ist ein relativ kleines MRTX-Board, das sieht man glaube ich schon. Aber jetzt achtet mal auf die Verteilung der Anschlüsse. P2 mal PS2, hier kommt 1, 2, 3 USB-Bänke, mit übrigens allem USB 2.0, einem Ethernet-Anschluss und hier drei Audiobuchsen. Wenn wir uns jetzt mal in das Intertech-Gehäuse gehen und hier mal gucken. Hier oben beginnen wir mit 2 mal PS2. Dann haben wir 1, 2, 3 USB-2-Buchsen, eine Netzwerkbuchse und drei Anschlüsse. Wem fällt es auf? Ja, das ist das belbe Board. Das ist halt einfach das Ethernet-Board. Und man sieht das, wenn man mal ein bisschen in die Bilder vom PC guckt, kann man das leicht erkennen. Ich klicke hier mal durch. Und zwar seht ihr hier die grünen Akzente. Hier und hier unten an der Grafikkarte diese grünen Akzente. Ich weiß nicht, wenn man es auf dem Mobiltelefon guckt, sieht man es wahrscheinlich nicht. Ich kann mal gucken, ob ich ranzoomen kann. Ja, dann sieht man es ein bisschen besser. Hier sind grüne Akzente auf dem Board und wenn wir uns mal den Kühlkörper hier oben angucken, dann sieht er einfach genauso aus wie bei dem Ethernet-Board. Und das zeige ich euch jetzt mal ganz schnell. Das ist nämlich hier oben, sehen wir das? Hier oben ist der Kühlkörper, der relativ ähnlich aussieht. Und hier sind diese grünen Akzente. Gut, die sind jetzt hier ein bisschen anders grün. Aber hier der grüne Akzent, es könnte sein, dass das vielleicht eine alte Revision ist. Die ändern gerne mal die Farben. Wenn man die Mailboards bestellt, sehen die auch ein bisschen anders aus als auf den Bildern. Das ist tatsächlich wirklich so. Ist aber nicht weiter schlimm. Auf jeden Fall ist es dieses oder ein sehr ähnliches Board für den gleichen Preis. Aber ich gehe davon aus, dass es dieses Board ist, weil eben vor allem die Konfiguration der Anschlüsse hier genau übereinstimmt. Gut, ich habe auch mal ein bisschen geguckt. Also das Mainboard kostet 43,01 Euro. Und was kostet so eine CPU? So eine CPU kostet ungefähr 10 Euro. Von It's Billig. Ist ein gewerblicher Händler auf Ebay. Der bietet also auch eine Rückgabe und auch eine Gewährleistung auf die CPU. Die kostet hier 11,29 Euro inklusive Versand. Wahrscheinlich kann man auch noch einen Preisvorschlag für 10 Euro machen. Machen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall habe ich bei dem auch schon Server-CPUs gekauft und die kamen auch an und die funktionierten auch. Also hier braucht man sich nicht Angst haben, dass man hier irgendwelchen Scheiß tatsächlich an der Stelle gekauft hat. Was gibt es noch? Arbeitsspeicher gibt es natürlich 16 GB und die 16 GB habe ich mir tatsächlich auch mal hier rausgesucht. Bei Ebay. Bei einem normalen Ebay. Kostet hier aktuell 12 Euro das Stück. Auch vom gewerblichen Händler mit kostenlosen Versand. Sind dann 16 GB Arbeitsspeicher für 12 Euro. Also sagen wir mal gut. Sagen wir mal 15 Euro für beides zusammen. 15 Euro CPU und Arbeitsspeicher. Nochmal 40 Euro für das Board. Sind wir 45 Euro für das Board. Sind wir also bei gut 60 Euro für das Board mit Arbeitsspeicher und CPU. Was eigentlich relativ günstig ist, wenn man sich das Ganze selbst baut. Was brauchen wir noch? Oder beziehungsweise was gucken wir uns jetzt an? Wir gucken uns mal die CPU-Leistung an im Vergleich zu so einer ganz normalen Mittelklasse CPU. Hier zum Beispiel dem Ryzen 5600X. Der erreicht im Geekbench Single Core, das ist so ein Workload-Benchmark, der so verschiedene PC-Sachen, verschiedene simuliert. Also zum Beispiel die Benutzung des Browsers oder auch Gaming und sowas ein bisschen simuliert. Und da erreichen wir mit einer modernen Mittelklasse CPU ungefähr 270% mehr als mit diesem Xeon. Im Multicore sind das dann nur noch 130%, aber immer noch mehr als doppelt so viel. Hier profitiert der Xeon natürlich, weil er viele Kerne hat. Und er einfach fast die doppelte Anzahl an Kernen hat, wie der Ryzen 5600, der mit 6 Kernen kommt. Allerdings sieht man hier auch schon ganz deutlich, trotzdem ist so eine Mittelklasse-CPU eine aktuelle doppelt so schnell wie diese alte High-End-CPU. Muss man ganz ehrlich sagen, das waren High-End-CPUs damals. Also halten wir fest, das ganze Paket hier, 65 Euro, relativ günstig. Gucken wir mal, was wir sonst noch in dem PC haben. Wir haben eine 128 GB SSD, SATA, die kostet ungefähr so 10 Euro. Dann haben wir als Grafikkarte die RTX 3050 verbaut. Sollte man noch keine stärkere Grafikkarte verbauen. Alles andere hätte sich eigentlich nicht gelohnt. Hätten wir 219 Euro gehabt. Hier habe ich das Li-Ali reingepackt. Das kostet 120. Wir haben ja gesagt, ungefähr die von Computerbase denken, dass das Gehäuse so um die 80 Euro kostet. Und mit den 80 Euro würde ich auch mitgehen. Dann ziehen wir hier nämlich nochmal 40 Euro ab. Sind wir bei 390, sondern bei 350 Euro an der Stelle. Und aktuell verbaut ist, ich dachte, das Intertec Argus 720 Watt. Ist aber nicht verbaut, obwohl der PC sich Intertec Gaming PC schimpft. Sondern hier ist das Cooling Core 700, 700 Watt verbaut. Das steht auch in der Beschreibung bei dem Anbieter. Gucken wir uns gleich nochmal gemeinsam an. Das kostet 40 Euro. Dann sind wir also bei 350 Euro ungefähr für das ganze System und packen nochmal die 65 Euro an der Stelle drauf. Für die CPU, Mainboard und den Arbeitsspeicher sind dann also ungefähr bei knapp 400, 405 Euro. 415 Euro, so rum, 415 Euro. 415 Euro kostet also der PC ungefähr im Zusammenbau. Vielleicht kann man an der einen oder anderen Stelle noch sparen, wenn man zum Beispiel so eine CPUs viele zauft, dass man hier noch Rabatt kriegt. Hier gibt es ja auch Multi-Rabatt. Ähm, Arbeitsspeicher gibt es auch Multi-Rabatt. Also hier kann man noch ein paar Euro sparen, aber das soll den Brat nicht fett machen. Sagen wir mal 400 Euro, 420 Euro. Wenn wir jetzt noch dazugehen, sagen wir mal mit allem drum und dran. Dann, wir haben ja auch noch den RGB-Controller mit den Lüftern und auch noch einen Lüfter. Sagen wir mal 450 Euro, ja, dann ist es aber gut. 450 Euro. Das heißt, dieser PC kostet 350 Euro mehr, als er eigentlich wert ist. Und dazu bekommt man noch alte Xeon-Hardware. Sag ich mal, alte Xeon-Prozessoren aus einer sehr alten Generation von 2013, also 10 Jahre alte Technik, für 800 Euro. Wenn dieser PC gekostet hätte 500, 550 Euro, hätte ich gesagt, okay, das ist ja gar nicht so schlecht. Das ist voll okay, aber wenn wir jetzt auch mal hochrechnen, ja, wir haben ja gesehen, sagen wir mal, 10 Euro mehr kosten, 16 GB RAM kosten 10 Euro. Wenn wir jetzt mal hier 32 GB reinpacken, bezahlen wir gleich 100 Euro mehr. Dann verdient der Händler erst richtig an dem PC. Gut, die 240 GB kosten nochmal 10 Euro mehr und eine Terabyte kostet vielleicht nochmal ein Zwanni. Dann sind wir bei 40, dann macht er hier ungefähr 50 Euro Gewinn, 50, 60 Euro Gewinn mehr. Aber, ja, allein schon diese Konfiguration anzubieten, bin ich ein bisschen salty für 120 GB SSD. Es wäre kein Problem gewesen, bei dieser Gewinnspanne auch eine 512 GB einzubauen, weil du kriegst mittlerweile 512 GB schon für 25 Euro. SSD ist 22 Euro, 23 Euro habe ich letztens für eine NVMe mit 512 GB bezahlt. Das muss ich mal einer reinziehen, das sind 20 Euro, da hätte man die auch reinpacken können. Das hätte niemandem wehgetan, weil so eine 120er kostet ein 10er und packt man nochmal 10 Euro weniger Marge und kann dann aber sagen, man hat 512 GB in dem PC. Also das finde ich ein bisschen schade an der Stelle, vor allem auch diese Abstufung, die hier gemacht wird. 240 GB und dann gleich 1 TB und vor allem scheint das wirklich eine SAT-SSD zu sein, weil hier steht NVMe und hier steht es eben nicht. In der Beschreibung unter Details wollte ich euch ja mal noch ein paar Sachen zeigen. Zum einen hier, dass wir hier, wo haben wir es an der Stelle, hier das Kohling-Netzteil haben, das wollte ich euch ja mal zeigen. Und hier auch das X-97 Schripsatz Mainboard, das X-87, äh X-79 F1. Es kann noch ein anderes AT-Meter-Board oder auch ein anderes sein, aber auf jeden Fall eins in der Preisklasse. Und ja, was soll ich zu dem PC sagen, er ist eigentlich, ja eigentlich zu teuer, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also so 500, 550 Euro hätte ich gesagt, okay. Ich hätte auch gesagt, okay, mach 600, mach 600 Euro, pack eine 512 GB NVMe mit rein, lass die scheiß HDD raus, die brauchst sowieso kein Mensch. Mach 32 GB, weil der kostet nicht viel. 32 GB, äh, eine 512 NVMe, mach 600 Euro, dann ist das auch ganz okay. Dann verdienst du damit ein bisschen was, ist in Ordnung, aber nicht 800 Euro, Alter. Was ist denn 800 Euro, ey, 800 Euro, Mann. Dafür kriegst du irgendwie eine 40, 70, naja, nicht ganz, die kostet Tausender, nicht, ähm, kostet mal 200 Euro mehr, aber eine 3060 mit einem Supersystem, mit einem doppelt so schnellen Ryzen 5 in einem modernen Gehäuse, mit DDR4-Arbeitsspeicher, mit schnellem DDR4-Arbeitsspeicher, einer 500, einer 1TB SSD, EDC-PP und das kleinste für das gleiche Geld. Das muss man dazu auch sagen. Ja, der PC, den habe ich mir ausgesucht wegen der Sion CPU, aber leider kann ich ihn nicht empfehlen. Ich hätte ihn gerne empfohlen. Ich hätte gerne gesagt, wäre mal so ein Refurbished. Der Gedanke ist ja gut, ein generalüberholter PC mit alten Teilen, auch wenn jetzt die Nachhaltigkeit von so einem aus China importierten Mainboard natürlich bei den Arbeitsbedingungen auch auf einem anderen Blatt steht, aber darüber geht es, darum geht es ja nicht auf diesem Kanal. Ähm, ist die Idee grundsätzlich gar nicht schlecht, aber ja, die Gewinnmarge ist ein bisschen hoch. Klar, der muss noch Garantie und Gewährleistung geben, das sehe ich auch ein. Aber man hätte die Konfiguration auch ein bisschen besser gestalten können, sage ich mal, wie ich es eben schon erklärt habe. Meinetwegen, dann hätte er vielleicht 500 Euro Kosten gehabt, 550. Maximal eher 500 Euro, hätte dann 100 Euro oder auch 150, wenn er für 650 verkauft hätte. Okay, in Ordnung, das stimmt, aber nicht für 800 Euro. Also, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht, wie mehr ich sehe. Gerade die Aufnahme war sehr, sehr lang. Und wir hatten viel zu besprechen, tatsächlich an der Stelle. Aber ja, ich wollte einmal nochmal zeigen, dass es auch Sion-PCs gibt und dass nicht jeder PC, der einfach cool aussieht, auch unbedingt cool ist. Und dabei habe ich noch viele Sachen, die das Board betreffen, gar nicht genannt. Zum Beispiel die Tatsache, dass es zum Beispiel kein Standby gibt, weil Sion-CPUs kein Standby unterstützen. Dass diese chinesischen Mainboards teilweise auch relativ buggy sind. Dass da einfach auch mal, irgendwie, wenn man einen USB-Stick ansteckt, das ganze System einfach mal abstürzt. Solche Dinge passieren. Da gibt es auch Videos bei YouTube zu. Also, jetzt sehe ich da kein Homebook, wo das jemand ausprobiert und nachvollziehbar macht. Aber auf jeden Fall, ja. Der PC an der Stelle nicht unbedingt zu empfehlen. Ich würde einfach mal sagen, holt euch lieber einen PC bei einem etablierten Anbieter. Und nicht bei diesem Intertech-Gaming-PC, der nicht von Intertech ist, sondern von PC Store NCA. Die Idee ist cool mit den Sion-Prozessoren, aber die Preis-Leistung ist einfach nicht so dolle.